Servus bei Let's Play Resident Evil 4, den Remake. Okay, hier ist Nicola. Yo, Ashley ist fertig! Das freut mich in einem gewissen Grad doch sehr. Ah nööööööööööög. Ich gebe dir, dass ich mir einmal genugitudebands許軍시ке scaredesdäuf nightmares. Oh, mach ich grad! Ich spiele ein Spiel aller Salazar-Manier. Ich verstecke mich irgendwo ganz weit entfernt und mache das irgendwie alles von der Ferne. Ungefähr so. Das ist ein Zeug. Ich verstecke mich. Wir sehen uns. Was ist mit dir, Havara? Okay, in der Tür stehen bleiben war doch ein super Trick, auch wenn es mir viel Muni kostet und ich gerade einmal, ja basta, es geht noch, einmal, der bewegt sich nur im Wind, ich habe schon wieder geglaubt, da kommt schon wieder was an, kreucht und feucht, kann man bitte einer sagen, warum ich immer, erstens einmal, warum ich immer einen aufs Meil kriege, und jetzt haben wir nur Geld, ich brauche doch Muni, oh, wow, das riecht doch, das riecht doch schon förmlich nach einer Riesenfalle, das ist, darum habe ich das so blöde Gefühl, dass der noch, der kleine Schesser noch irgend, oh, ich wusste es doch, der greift noch, jetzt habe ich noch, ich wusste es doch, dass der kleine Schesser greift noch umeinander, da, oh, so eng, erstens einmal sind es ekelhaft, okay, nur einmal dazu, damit wir sich mal einseinig sind, ich sind es ekelhaft, und noch dazu, komplett unnötig, und noch dazu, genau, und noch dazu, wirklich werfe, haben wir den schon mal erwähnt, na, gell, nee, aha, interesting, interesting, die Tür ist also offen, noch, aha, hier steht eine Sonne, okay, hier kann ich runter, ich kriege ein bisschen Pistolen, Muni, das ist natürlich schön, okay, hast du aber nicht, dass ich das will, noch keinen Plan, was ich hier mache, absolut no Plan, ja, das ist so geil, bin doch gerade für deiner Meinung, gefällt mir, was du da sagst, wenn du liegen bleibst, gefällt mir das natürlich noch besser, natürlich, eine aufs Maul, mal sehen, was du? , sorry, ich bin drin, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran,OME nach vorne jetzt keine aerosicht, deine furnace, das ist SCENE, die Laatmenin, die comenie hinein bracht, Ich hoffe, ich habe nur, dass es so einen Weg retour gibt da. Bin ich mir gerade ein bisschen... Ja, ähm... Bleib legen. Das war mehr wie ein Klugstreffer. Wo bin ich hier, bitte? Hey! Excuse me! War ja absolut keine Absicht. Schleich mal ist das ja nur... Irgendwenn... Ja. Du glaubst, das war nur... Der, die, das. Hallo? Also... Ja. Sollte ich vielleicht jetzt gerade nicht machen. Wo liegt denn da? Nur eine Taschenlampe. Ich bin vorsichtig. Glauben jedenfalls. Bin ich das? Bin ich vorsichtig? Nö. Ah, guckst du mal einer, schau. Ähm... Ich brauche... Was brauche ich denn? So einen komischen Mond... Schichtli-Mond noch... Links. Links. Rechts. Wie auch immer. Schauen wir mal. Hier. Hier ist... Offen. Ob das gut ist oder nicht. dass ich auch jetzt nachlade. Okay. Ich muss noch mal zurück. Tut mir leid. Irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass das vielleicht, das ist mir ein bisschen zu leicht. Hier, hier, hier. 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 Das ist ja auch noch ein Tier. Das ist offen. Ah, das. Oh. Aber das ist nicht offen. Hm. Guck mir wahrscheinlich über einen anderen Weg hin. Komm mal. Guck, guck. Hier ran. So, da, wo hier weiter, hier weiter. immer lustig, immer weiter. Geht es hier drin weiter. Aber es ist ja noch was. zuerst schauen wir mal. Ja, bitte. Wem will sie es eigentlich verarschen? Schnauze. Ähm. 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 Ja, war das bitte nicht schlecht. Eine Pause täte mir gut, täte mir gut wundun. Da fliegt ihn doch glatt das Höschen weg. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Moment einmal. Ja, gucke mal, einer schau. Kunstvolle Halskette, nice. Das finde ich äußerst nice. Weil ich glaube nämlich, wenn ich dieses dann vielleicht anders gemacht hätte, das Symbol. Guck mal. Jo, hallo? Da war ich doch schon mal. Die Frage ist, nein, 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 stopp, stopp, stopp. Hier war ich garantiert nicht. Ich bin hier nicht allein. Äh. Wuhaha. Ah ja. Hoppala. Entschuldigung. Ah ja, hallo. Hier sind wir jetzt durch. Okay. Okidoki. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Boah. Was? Hier? Bist du des Wahnsinns? Was? Bist du nicht machen? Die sind immer wahnsinnig. Also, ich mein, so da schritten. Oh. Scheiße. Ja, hallo. Tuckst du mal einer. Ups. Mein Fehler. Entschuldigung, dass die Kugel daneben ging. War, war absolut, absolut mein Fehler und wird nicht mehr vorkommen. Ja? Ähm. Possible. Ja, es ist possible. Es ist sehr possible, dass ich das tun, tun mit euch. Ich finde das sehr possible. Nicht impossible, sondern possible, possible. Äh. Okay. Ich hab's. Ja. Was haben wir denn da? 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 Da haben wir nix. Da haben wir auch nicht viel. Hm. Okay. Der ist verdampft. Warte mal. Das ist so richtig was, was zum Verstecken war. Das ist so glatt. Oder sonst ich kommen und. Hallo. hmm 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 Ernsthaft? Das ist jetzt aber der Gerst, oder? Warum habe ich so das Gefühl, dass ich er nicht bekämpfen kann? Das ist das ist das ist das ist das ist Boah, bist du das? Okay. Mit dir spiele ich jetzt nicht. Ich spiele nicht mit euch. Bin ja nicht wahnsinnig. Guck, guck. Hey, digga, digga. Ähm. Ich glaube, dass das spült. Ob vielleicht gerade keine Option ist. Warum? Äh, warum? Warum? Entschuldigung, ich muss einmal nachschauen, was haben wir denn da alles? Okay. Ja. Das ist doch mal eine Ansage. Ähm, ja. Das ist so. Gewehrmunition ist in der Situation, glaube ich, nicht das Schlechteste. Grünes Crowd ist okay, das lassen wir. Aber Gewehrmunition, ja, könnte ich mir persönlich auch einreden lassen. Oh, du ist vor, aber... Wow. Äh, ne, ne, guck mir. Boah. Boah. Ist das dein Ernst? Alter! Jetzt habe ich mir auch ein paar Schildhosen gemacht. Was ist das? mein Ballerchen. Jetzt aber. Geh mal. Kann sein jetzt für dich. Oh. Es ist mir nur... Oh wow. Komm näher. Komm näher. Komm näher. Der schießt dir so gern. Na ja. Bleck laufen. Oh wow. Könnte sein, dass ich mir gerade ein bisschen in die Hose mach. So. Einmal noch abwarten. Komm schon, komm schon. Coo down. Jetzt. Lauf. Äh, was lauf? Wie lauf ich hier? Ähm. Doch, sehr possible. Jetzt kann ich manchmal Dämoni holen. Und wieder zurück. Ich hasse diesen Dicken. Ich hasse diesen Dicken. Oh. Normalerweise eher nicht. Ich frage jetzt, was mache ich da? Außer versteckt. Oh, die richtigen Folterwerkzeuge. Ich weiß gerade nicht, was ich jetzt tun soll. Ich hab das da. Ich mein, ich kann einmal... Bitte lasst das nicht um... Es war ziemlich umsonst, gell. Scheiße. Okay. Einmal die ganze Batterie nachgeladen. Ich hab da kein... Oh. Das ist irgendwo dann leider. Dann werden wir sie mal suchen, oder? Wo ist es nicht? Ich hab sie gefunden. Und ich kraxle darauf. Lauf. Yes. Okay. Oh, und wie ich das hoffe. Und wie ich das hoffe. Aber meine lieben Freunde. Das erleben wir erst in der nächsten Folge. Weil es so schön ist. Ich hoffe, ich kann Ihnen da wirklich das Gesicht ein bisschen wegpusten. Nur ein kleines bisschen. Aber ja. Ich hoffe. Wirklich in der nächsten Folge. Ich sage einmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Aber da... Servus! Mit Fully Fall! You're here looking for, um, someone? Maybe. Some missing senorita? Ashley, where are you? Your soul requires cleansing. Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. I'm here on the president's borders. What is that? What do we do? The last labs are escaping. We need to go. I'm gonna get you on the safe. You can stop right there. Ada. Who are you? What are you doing here? My faith in the cycle will show her the bad. Ashley, run! The entire world shall overflow with these graves. What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. Now that he has chosen death. Oh, you gotta be kidding me. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR